Mit dem Disney Channel Film Zombies habe ich meine Probleme. Und es ist nicht die Tatsache, dass es ein kinderfreundlicher Zombiefilm ist. Es ist nicht schlimm, wenn alle Zombiefilme nicht wie Backstreet Boys Dead 7 sind. Ein Beispiel. Monster High fand ich trotz, dass es ein Kinderfilm ist, dennoch unterhaltsam. Aber die Sache ist die. Frankie Stein hatte dennoch Narben im Gesicht und jeher sind Körperteile abgeflogen. Die Zombies in diesem Film können flüssig reden, haben keine Narben, haben auch keine Beschwerden. Sie sind eigentlich wie Menschen, nur mit grünen Haaren und seltsamer Haut. Im Grunde sind das nur Punks mit einer seltenen Hautkrankheit. Also ja, im Endeffekt hat man nicht mal richtige Zombies in diesem Film. Also für die Zombie-Community sage ich euch, guckt besser einen anderen Film. Dieser Film lohnt sich einfach nicht. So, das war wieder ein schlechter Disney-Channel-Film. Ihr wisst, was das bedeutet. Der nächste wird wieder gut.